4. Lass mich ja meine Experten und tierfreudige Passagiere. Hier kommt er also! Gut, 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 gut. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Bis jetzt haben wir so wieder mischt. Ich bin sowas von gespannt, ob das alles so klappt? Wie das doch nicht? Übermacht! Wir müssen noch einmal, ob die Bügel auch wirklich messen bei mir. Als sie das letzte Mal unsere Gubbys getestet haben, sind die Bücher einfach so abgegangen. Das ist ja krass so oft. Das ist ja schlecht und das hast du nicht. Ja, ja, aber das ist doch. Ja, aber okay. Wir sollten 20 Meter überrechnen. Bei einer Station voll fließendestens 100 km. Und das ist ja nicht möglich, aber hier hoch zu gehen. Eigentlich kommen wir zu so schnell, dass wir alle mit rauf. Nein, aber was ist das, warum hier so hängen wir auf? Schau, das ist ja auch so. Ja, ich bin ganz schön, ja. Ich bin wundervoll, auf einmal hier. Ich freue mich, dass du riesig auf dein Erhebnis. Ach, sehr. Ich schau natürlich raus, du hat es ja so. 7. 7. 7. 9. 10. 18. 17. 21. 21. 21. 27. 21. 22. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020